Die Studierendenwerke leisten einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung von Chancengleichheit. Im Zusammenwirken mit Hochschulen und Hochschulstädten tragen sie zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für das Hochschulstudium bei und gestalten den Lebensraum Hochschule wesentlich mit deutsches Studierendenwerk. Zitat Die Mental Health Krise der Studierenden angehen Zitat von der Präsidentin des Deutschen Studierendenwerkes, Frau Professorin, Frau Präsidentin Professorin, Dr. Beate A. Schücking Danke